Vorstellung der Frau, der Nummer 5, hier stehen sich die Mühe, der Gerichtsplatte ist 81 Kilo, als Schwerpunkt für den Bosnienkreuz, Rafaela Kostka, sein Liedler von der ESPN 9000, Patrick Kirchheim! Das ist mein Herr, Heinz Stolkamp, über 3, 1, 2, den Leitwürder von Ivo Karski, der Karte, die 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 Karte Bewege dich ein bisschen. Patrick, bewege dich. Schön gemacht. Ja. Gucken, du musst gucken. Komm, mach mal zwei, drei Schläge. Ist doch schon wieder alles auf. Komm raus aus der Ente, Mensch. Weiter, Mensch. Let's do. Let's do. Let's do. Let's do. Let's do. Wir schauen zu prozent der roten Ecke, das ist Raphael Nowakowski, Raphael, 34 Jahre alt, von berufen Maschinenführer Robin, seine Tochter, in Hörbüller von Voraus Fiedler, Riedrei von Zwo. Komm Patrick! Jawohl! Jawohl! Aber nur einmal! Warte auf deinen Körper auf! Jetzt zu! Draußen! Draußen! Nein! Ruhe! Jetzt kommt auch der Ruhe! Nee! Ja! 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 Ich muss uns entdecken! So ist Renninghausen Publikum der Mann für eure Unterstützung. Ich spreche heute mit Patrick Kiecher. Patrick ist 35 Jahre alt. Er startet für den NSV Renninghausen. Und als freien Sportler bestreitet er hier seinen ersten Kampf. Betreut mit der Patrick von Andreas zurück in Karsten Einholz. Und gebt euren Applaus! Support, jungen Patrick! Applaus Drück 2 und 3 Solokro! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Schwarz! Steineuits! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Bewegen! Jetzt du mich! Applaus Bewegen! Die Bewegen! Der Schleimhadeck, Siegawin! Raphael Nierkowski, Glockenzen! ... und. ... und. ... und. ... und. ... und. ... und. ... ... und. Vielen Dank.